hier ist jetzt ein kleiner Test-Stream also es heißt nicht so sein, dass es jetzt kommen müsste für einen kleinen Test-Stream, den ich hier mal kurz auf meinen Kanal gehe ähm mein Kanal so konnte ich... ich wusste, 12 Sekunden gestreamt? WTF? 12 Sekunden... ich mach kurz auf den Server so, mal sehen... live mein Kanal so konnte ich... ich hab 12 Sekunden gestreamt? WTF? 12 Sekunden... 12 Sekunden gestreamt? WTF? 12 Sekunden... ich hab zurückgespielt oder was? ja... 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 ich kann mal kurz das Pack hier raus machen... dass da was da drunter ist... nein, ich setz den Live-Konto auf den... live... live... mein Kanal... so, jetzt müsste... der Live-Konto auch oben zu erscheinen... 12 Sekunden gestreamt? WTF? 12 Sekunden... 12 Sekunden... ich hab zurückgespielt oder was? 12 Sekunden... ich hab zurückgespielt oder was? 12 Sekunden... 12 Sekunden... ich hab zurückgespielt oder was? 12 Sekunden... aber... was das istショd.... ah- »» » »» » » »?« » Was ist das? Vielen Dank. Nice. Also funktioniert. Ich bin kurz der Runde und dann mach ich auch schon das Film wieder aus. Toll, jetzt kann ich Biosen oder was? Nein, er bekommt nicht. Nein, er bekommt nicht. Kann ich sagen, was ich mal auf dem Stream kommt? Okay. Okay. Okay.